Und ein Skeleton, alter! Da, 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 noch mehr Skelette und Spinnen, was ist denn nicht? Alles, aber... Ah! Das ist der Weg jetzt vor mir! Gott, ich bin reingelaufen! Hilfe! Schatzi, Schatzi, Schatzi! Schatzi, ich bin zu Hause! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft! Wieder mal eine Folge mit BAMBAM zusammen! Und die Cheka! Hallo! Ich bin der Cheka! Und da hinten brauchst du dich wieder ab und auf. So, der Melonenschmonen ist jetzt... Ist jetzt... Hast du jetzt, ja? Ja. Super. Ein Melonenpark hier. Irgendwie gefällt mir das Glas nicht. Tschüss! Ich mach ja auch Scheiben rein oder vielleicht auch ganz was anderes. Ich weiß nicht. Alter, wie diese ganzen komischen Duster mich anschauen. Gehen sie doch weg! Die bespannen dich und deine Melonen. Ja, in der Tat. Ja, haben sie euch! Ja. Kiste voll, wir brauchen Lagerplatz, Schatzi. Halt, ich höre hier. Schwein. Äh, ja. Sollte ich jetzt machen, ne? Hm. Zack, zack. Äh, also Holz muss hier dann rein. Hm, hm. Ah! Warte. Ne, von außen muss das... Dann ist das besser. Yes! We got a door! Gut, ich fang Lagerplatz an dann. Ich fang dann mal den Lagerplatz an. Wie war denn... Yes, das wär gut. Wie hast du denn Barrel gebaut? Oh, das wird mir links vorgeschlagen. Irgendwie bei diesen... Wo ich auf dieses Buch geklickt hab bei den Rezepten. Ich weiß gar nicht mehr mit irgendwas. Ah, warte, ich schau mal. Ein Webstuhl. Ein Webstuhl. Da braucht man ein Holz und zwei Faden. Das will ich jetzt mal wissen. Das ist doch mal ein Moment. Das will ich wissen, dass man da alles schaffen kann. Ah, halb und halb, okay. Was ist denn ein Webstuhl? Es gibt so viel wie dein neues Minecraft-Zeug. Webstuhl ist aber nichts, was du was anfangen kannst. Huch! Neu. Was ich dir sagen soll? Oder möchtest du rausfinden? Nein. Okay. Ich möchte es rausfinden. Okay, dann sage ich nichts. Ich geb dir hier schon mal das Barrel dann. Na, da. Ich kann eh nur zwei machen. Aber danke. Was macht man damit? Oh, Regen. Was macht man damit? Soll ich sagen, ja? Ja. Das ist nur für Dorfbewohner, damit sie einen neuen Job bekommen, damit sie neue Sachen verkaufen. Wenn du das neben einem Dorfbewohner... Dummstuhl. Wie tief soll denn unser Keller werden? Ich würde nicht allzu tief sagen, weil es ein nervig ist, so langer Weg ist, sonst immer hoch und runter. Ja, hier ist gut. Au! Sorry. Ah! Warte, mach ich hier so die Decke, ne? Und wir eine Schicht nach oben. Ja. Ja, oder willst du den Keller sogar recht tief machen? Also hier... Nee, ich finde, es reicht so. Nein, nein, ich meinte eigentlich gerade so, dass wir nur drei hoch haben, hier wo die Decke ist. Ja, drei Hose sind im Keller. Ja. Ja. Okay, super. Dann fang ich an. Huah! 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 Ich bin ein Skeletterskelette. Okay. Huah! Okay. Sagen wir ja, naja, sagen wir nach eineinhalb Stunden anschweigen über Discord, habe ich sie auf einmal angeschrien. Huah! Hallo, Zombie. Ich hab mich hier... Tati, wir müssen unser Haus mal wenigstens zumachen. Ja, ich dachte es auch gerade, ne? Dass es hier nicht reinregnet. Deswegen wollte ich jetzt in der Stadt den Keller tatsächlich das Haus überhalten. Ja, oder mal die Türen, dass wenigstens da keine Zombies und so weiter kommen. Ja, genau das gleiche habe ich schon gedacht. Aber ich habe noch nicht so viel Holz, es wird noch ein bisschen dauern. Mit den Bäumen hier so langsam nachwachsen alle. Was ist denn das? Ist das Gravelkies? It is? Übrigens, es ist ein Fakt, dass wenn du sneakst, dass sich dann Skelette und Gegner halt von der Ferne gar nicht so schnell bemerken. Oder geduckt bist. Ziemlich cool. Huch! Alter! So, jetzt sieht es wieder super natürlich hier aus. Neben mir hat der Blitz eingeschlagen. Ooooooh! Gibt es sicher Blitzableiter? Inzwischen, yes. So crazy, was es alles gibt, echt. Hier bin ich sicher. Ja, unter einem Baum. Zack, tot. Drei Ohrchen. Du musst selbst, selbst der Blitzableiter. Aaaaah! Ich bin der Blitzableiter. Was willst du, Zombie? Süß. Äh, elf Hulz. Damit machen wir ganz viel Hulzbräder. Oh, dann machen wir da mal zu. Machen wir da mal zu. Machen wir da mal zu. Ah, jetzt machen wir mal rein. Der Zombie hat mir eine Kartoffel gedroppt. Ach, sowas. Das ist... Geil. Ja, das ist selten. Eisen kann er sogar droppen. Ist noch seltener. Äh, sollte da jetzt die Wand eigentlich? Ich glaube schon, ne? Ich mache da halt einen Holzstamm wieder hin nachher, wenn ich einen habe. Und ich baue hier jetzt einfach mal zu. Oh, da muss aber gleich noch was anderes ran. Goddamit. Ah. Oh god, der Creeper. Oh god, der Creeper. Haben wir nur noch... Ah, das ist doch keiner. Puh. Alter, das ist wirklich... In diesem Texture Pack sieht man den nicht. Ja. Ich finde es voll geil. Und ein Skeleton. Alter. No, no, no. Noch mehr Skelette und Spinnen. Was ist denn nicht? Alles besser. Ah! Das ist der Weg jetzt vor mir! Gott, ich bin reingelaufen! Hilfe! Schatzi! 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 Ich bin zuhause! Okay. Au! Wir brauchen jetzt echt mal Rüstung oder so? Ich bin im Keller. Gehen Sie weg! Oh Gott. Und ich habe eine Lampe in den Keller gesetzt. Ich habe kein Schwert mehr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Äh, ähm. Hier. Das ist richtig. Und du bist falsch. Okay, ich habe wieder ein Schwert. Du bist richtig. Okay. Haha! Spinne! Die Action darf ich nicht verpassen. Da ist ein Skelett. Oh mein Gott. Das ist im Haus. Das ist nicht gut. Puh. Ich kann es nicht aufsammeln. Ich kann es nicht aufsammeln. Oh, das nehme ich dann. Puh. Wir haben ja ein Dach hier oben. Ja, ich habe das gebaut und dann meinte ich dir, dass du das vielleicht anschauen solltest und abreißen solltest, wenn es dir überhaupt nicht gefällt, weil es ist irgendwie komisch. Ja. Ja. Wo baue ich denn dann die Treppe hin? Weil irgendwie, also möchtest du überhaupt einen zweiten Stock? Nee, ne? Ja doch, aber nicht vom Balkon aus. Ja. Alles klar. Baue ich das direkt mal weg. Kann man nicht irgendwas aus Kies machen? Ähm, ja. Ein Weg zum Beispiel? Ha. Ja, aber aus dem Block etwas craften, das schön aussieht. Hm. Hm. Man kann schon was craften. Man kann daraus komische Erde bauen. Grobe Erde. Ich glaube, ja. Es gibt einen Komposter? Ja. Das brauchst du. Aber ist auch wieder alles nur für Villager oder was? Ja. Wie doof. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert mit dem Komposter. Ich bin kein Minecraft-Profi, was die neuen Sachen angeht. Nur die alten Sachen. Da kenne ich mich sehr gut aus. Äh, Treppen. Holz, 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 Holz. Ich habe kein Holz mehr. Ja. Goddammit. Hä? Für einen Blitzerbleiter brauchen wir nur drei Kupferwaren. Sowas. Willst du bauen? Ja. Dass unser Haus nicht abfackelt. Dass unser Haus nicht abfackelt. Sehr gut. Connect! Connect! Klazi, Folge zu Ende. Blitzerbleiter, Blitzerbleiter. Blitzerbleiter, Blitzerbleiter. Boah! Fünf Setzlinge. Gut. Wohin, Blitzerbleiter? Äh, entscheide du? I don't know. Auf den Kamin vielleicht. Der ist ja auch Stein. Obwohl, ne. Blitze einschlagen geht flächenweise breit. Das heißt, das könnte vielleicht daneben dann das Holz doch brennen. Ich weiß nicht unbedingt. Aber vielleicht. Boah, ist das schön, wenn es jetzt hier zu ist. Ich hatte gar nicht vor, dass ich hier... Ah! Hätte gar nicht vor. Nein, hier ist noch nicht zu. Na, hier nicht. Aber da, beim Kamin. Kann ich da auch Wand hinbauen? Ja. Ja, mach ich. Bin ich noch dabei. So, zack. Mhm, 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 mhm. Und hier. So. Machen wir mal Folge aus und dann bauen wir fertig gleich schnell das letzte Eck des Hauses. So, jetzt kommt hier wenigstens nichts mehr so rein. Nice. Spinnys. Ach, das Haus sieht schon ganz bequem aus. Ach, wie schön. Ja. Aber das gefällt mir noch nicht. Nee, nee, ich hab das nur mal so zugebaut. Können wir gleich wieder aufreißen. Okay. Alrighty. Gute Nacht. Noch nicht jetzt. Jetzt lass zu. Ich hab extra zugebaut. Ach, so meinst du. Die Kaminwand. Ja. Na gut. Ah, mein Bett. Egal. Wuhu. Schön kuschelig auf der Seite. Mh. Und einen schönen guten Morgen. Und der Regen hat aufgehört. Mh. Guten Morgen. Ja, ich kann nicht in die Höhle gehen. Oh, wie schön. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Yes. Ich würde sagen, eine Folge vielleicht noch bauen, Haus bauen. Du machst noch andere Sachen fertig und ein bisschen Keller. Und die übernächste Folge vielleicht in die Höhle gleich, ne? Mhm. Alrighty, dann. Bye bye und bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.